So, herzlich willkommen hier zu einem neuen Zweitkanal-Upload mit der WSP Swamp. Okay, doch nicht. Ja, mit dieser WSP Swamp, einer Akimbo WSP Swamp mit 200 Schuss in der Akimbo-Variante. Plus vollautomatisch, plus Feuerrate, die geistkrank ist, plus... Wir gucken jetzt, wie gut das Ganze ist. Denn das Ganze kann man tatsächlich durch die wöchentlichen Freischaltungen freischalten. Als nachrüstbares Teil für die WSP. Ich glaube, wir gucken jetzt einfach mal, wie gut das Ganze hier sein wird. Also das Ding hat irgendwie gefühlt auch keinen Rückschuss. Es ist wirklich ziemlich präzise. Man muss natürlich auch gucken, auf jede Distance kann man dann nicht spielen. Aber es ist bodenlos. Ich bin halt wirklich noch komplett verklatscht. Also Gameplay-mäßig solltet ihr jetzt nicht viel erwarten. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen gucken, was die Kiste hier kann. Es sieht auf jeden Fall sehr bodenlos aus bis jetzt. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade am Nachladen bin. Macht eigentlich auch keinen Sinn. So wirklich. Es ist geistkrank. Es ist wirklich geistkrank. Okay. Also es ist sehr präzise. Wenn man hier schießt... Ich halte jetzt mal ein bisschen dagegen. Nein. Da ist halt wirklich fast gar kein Rückschuss. Okay. Man muss natürlich auch wissen, auf welche Distanz man das Ganze machen kann. Es geht definitiv nicht auf je... Wie lange ist man gestunt? Holy shit. Ähm. Welche Distance man das machen kann. Aber es ist... Es ist nice. Ich finde auch die Idee cool, dass man mit den wöchentlichen Aufgaben jeweils immer wieder Sachen freischalten kann. Das hier sieht gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Also wenn man halt wirklich während des Schießens steht tatsächlich... Wenn man sich jetzt nicht so ultra viel bewegt, ist es schon sehr präzise. Man kann wirklich jede Kugel treffen. Ich muss auf jeden Fall mal Danke sagen für den ganzen Support auf den Zweitkanal. Ähm. Ich versuche da ein bisschen aktiver zu werden. Immer wieder so ein bisschen mehr Content zu machen. Ein bisschen mehr... Nicht uncut komplett. Okay. Manchmal schon. Aber schon so ein bisschen... Einfach ein bisschen mehr Content. Oh. Holy shit. Hätten wir den noch geholt. Einfach so ein bisschen mehr Content, dass man jetzt zusätzlich zu den ganzen... normalen Videos, die halt auch so ein bisschen... Ähm. Ja. Mehr Aufwand in Anspruch nehmen mit den Katzen und so. Dass man da noch ein bisschen Abwechslung hat. Und es gibt ja in Modern Warfare 3 und Warsen, was jetzt kommen wird. Natürlich noch einiges, was man da machen kann. So ein bisschen in Richtung Uncut. Einfach Waffen testen, neue Waffen testen. Und vielleicht gibt es auch so ein paar COD-bezogene Reactions. Müssen wir mal gucken. Aber ich habe auf jeden Fall Bock auf noch mehr... Schade. Noch mehr Content. Deswegen da auf jeden Fall Danke an jenen, der den Zweitkanal auch schon supportet. Jetzt schon. Deswegen könnte ich drauf einstellen, dass hier... Hoffentlich kann ich es durchziehen. Der Hauptkanal ist natürlich der Fokus. Aber auf dem Zweitkanal soll definitiv ein bisschen mehr kommen. Irgendwie war ich stuck. Okay, es ist auf jeden Fall... Die WSP Swamp Akimbo ist schon... Ist schon ein Bild. Ich glaube, man kann schon spielen, wenn man eine gute Zweitwaffe sucht auf Close Range. Müssen wir einfach mal ein bisschen mehr testen. Ich habe auch eh eine Klasse gespielt. Also ich finde die ziemlich gut, ziemlich präzise. Ich weiß halt nicht, ob das so wirklich die bestmögliche Akimbo-Klasse ist, die man hier spielen kann. Dazu muss ich halt auch noch sagen, ich bin komplett verklatscht. Allergie kickt. Alles kickt. Komm runter. Die Allergie kickt. Ich bin komplett müde. Ich habe mich nicht eingespielt, was man vielleicht vor Videos machen hätte können. Aber hier auf dem Kanal gibt es wirklich einfach ganz entspanntes Gameplay, würde ich sagen. Ah, sie spawnen halt wirklich da alle. Aber wie gesagt, die Idee von diesen ganzen Nachrüstband-Teilen mit den wöchentlichen Herausforderungen und so, finde ich wirklich persönlich echt gut, muss ich sagen. Da hat man halt immer wieder was zu grinden. Was ich halt so ein bisschen als Nachteil in Modern Warfare 3 sehe, die Master Recamo ist natürlich schön und gut, dass man die wirklich so schnell freischalten kann. Und es geht im Verhältnis wirklich sehr, sehr schnell, muss man sagen. Aber da das Problem ist natürlich halt auch, dass die Leute werden es halt in vergleichbar wirklich schneller Zeit schon durchhaben. Und das heißt, ah, schade, das heißt, du hast halt in ein, zwei Monaten die meisten Leute, die das schon fertig gespielt haben. Und was machst du dann? Speziell für die Leute, die einfach was grinden wollen. Es gibt ja nichts so. Sie müssen sich wirklich was einfallen lassen, dass man da hier noch ein bisschen, dass man da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Content bekommt. Ja, Thema Stun, direkt. Wieso ist die Stun so? Okay, holy shit. Packt man es jetzt ins Stim rein. Weil, wenn man dann halt wirklich keinen richtigen Content mehr hat, dann wird Modern Warfare 3 auch ausstimmen. Ich bin auch persönlich der Meinung, dass Shipment, was jetzt auch mit dem nächsten Playlist-Update tatsächlich kommen wird, also es wird ja 1 zu 1 kopiert aus MB2, dass das nicht so gut ist für Modern Warfare 3. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da, ja, das Game so ein bisschen abschweichen werden, weil, also was heißt wir, dass die COD macht das, weil durch Shipment wird jeder nur noch Shipment spielen und die anderen Maps werden natürlich deutlich mehr aussterben. Leute wollen nur noch Waffenleveln, wollen schnell die Tarnung machen, spielen nur noch Shipment und dann, ja, MS hat mich perfekt. Dann ist es halt, ja, auch wieder ganz schnell wie Modern Warfare 2, speziell wenn Warfare noch da ist, da viele Spieler weggehen, ist es halt natürlich ein bisschen, eigentlich schade, kann man sagen. So, wir pushen mal hier rein. Ich hab das Gefühl, wenn man, das ist ja komplettes Wörter, wenn man hier nicht jumpt dabei und quasi einfach nur läuft, dass das Ding wirklich viel stärker ist. Müssen sie mal im Sliden testen, ob das dann OP ist, wenn wir hier Sliden. Okay, Sliden scheint ziemlich gut zu sein, wenn man dabei slidet. Das ist schon wirklich lustig, sage ich. Das ist schon wirklich sehr lustig. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie eine Meta ist oder so. Ich zeige euch gleich natürlich auch noch die Klasse, aber wenn ihr ein bisschen Abwechslung sucht, ist es, glaube ich, ganz gut. Vielleicht ist es auch OP in Warsend, ich weiß es nicht. Weil die Klasse so 200 Schuss im Magazin, jeweils 100, mit der Feuerrate, mit der Hüftfeuerpräzision, könnte OP werden, könnte sehr OP werden. Ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt 28 zu 20, klassische SBMM, KD. Ja, egal, alles gut. Wie gesagt, es soll ja gar nicht wirklich ums Gameplay gehen. Ich wollte einfach nur zeigen, was es Neues gibt in COD, in Modern Warfare. Ich zeige euch, wie ihr das... Was habe ich hier gemacht? Das ist... Ah, es gibt ein neues Event. True. Es gibt, by the way, auch ein neues Event. Habe ich ganz vergessen. Es gibt das Makarov-Event. Das ist nämlich das hier. Da schaltet man auch eine neue Camo frei. Das ist die hier. Die ist, glaube ich, meines Wissens auch animiert, soweit ich das weiß. Und das, was ich heute gespielt habe, war, wie gesagt, die WSP Swamp mit dem WSP Akimbo Scharfschützenaufsatz, mit dem Umbau-Kit. Das Ganze habe ich mit dieser Mündung hier gespielt, mit der S-Vorstoßmündung, mit dem Roofless-Lauf, mit dem S-TWL-Tag-Laser-100-Schuss-Magazin. Und, ja, wie gesagt, der Akimbo-Aufsatz, den schaltet ihr tatsächlich frei durch die Herausforderung. Hier müsst ihr auf die wöchentlichen Herausforderungen gehen und dann zur Woche 3 gehen. Hier könnt ihr das Ganze freischalten, indem ihr 5 verschiedene wöchentlichen Herausforderungen freischaltet. Könnt ihr auf den Zombie-Modus machen, zählt beides dazu. Und zusätzlich dazu habt ihr noch die Goldene Fluss-Camo. Die kann man ab nächste Woche freischalten. Da müsst ihr 4-mal die wöchentlichen Aufgaben erledigen. Jemals 5 sind das, glaube ich, immer. Das heißt, so ungefähr 20 Aufgaben müsst ihr hier erledigen. Bekommt dadurch eine animierte Camo noch. Plus, ihr könnt diesen Akimbo-Aufsatz freischalten. Letzte Woche gab es was für die, ich glaube, das ist die DGLMG, glaube ich. Plus, am Anfang gab es was für die MCW. Ist jetzt beides nicht so gut, aber das ist hier so wirklich mit das Stärkste, was man bis jetzt freischalten kann, von diesen ganzen Nachlösbanden teilen. Deswegen testet diese Waffe. Lasst mir gerne einen Kommentar unter dem Video da. Supportet den Kanal, wenn ihr sowas feiert. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Schau. Bis zum nächsten Mal. Peace.